moin leute was geht hier ist wieder der geist heute möchte ich euch zeigen wie ihr die deadpool herausforderung der woche 5 lösen könnt und zwar geht ihr hier auf dem computer leute ganz normal im spinnt da seht ihr woche 5 findet deadpools ein horn kuscheltier und zwar leute geht ihr dafür wieder zurück dann geht ihr oben zu den agenten wenn ihr dann hier drinnen angekommen seid dann wählt ihr das aus alter wie lange dort das wie lange dort das okay dann schauen uns jetzt hier noch mal so leute wenn ihr dann hier drinnen seit seht ihr schon hier ist das kuscheltier einfach draufklicken einsammeln und ihr habt es geschafft ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen falls ja dann lasst doch ein abo da und bis zum nächsten mal ciao